Wir haben ein paar Beispiele für euch vorbereitet, in denen wir Tangentengleichungen bestimmen. Viel Spaß damit! Noch einmal kurz zur Wiederholung. Eine Tangente ist so eine Gerade, die einen Graphen in einem Punkt berührt. Die Steigung der Geraden entspricht dabei genau der Steigung des Berührpunktes. Da die Tangente eine Gerade ist, hat ihre Funktionsgleichung immer diese Form hier, mx plus b. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Tangentengleichung herauszufinden. Erste Möglichkeit, zuerst die Steigung des Berührpunktes herausfinden und den Wert dann in die Funktionsgleichung fürs m einsetzen. Und dann einen Punkt, der auf der Tangente liegt, man nimmt hier eigentlich immer den Berührpunkt, in die Tangentengleichung einsetzen und das nach b umstellen. Möglichkeit Nummer 2, diese Formel hier rechts. Ihr wisst ja, wenn ihr das noch ein bisschen ausführlicher erklärt haben wollt, dann schaut in unserem Erklärvideo vorbei. Los geht's mit den Beispielen. Wir lösen die alle jeweils mit einer der beiden Methoden. Ihr könnt ruhig bei allen Aufgaben die andere Methode ausprobieren und schauen, ob das gleiche rauskommt. Gegeben ist die Funktion f von x gleich x hoch 3 minus 3x². Wir sollen die Funktionsgleichung der Tangente herausfinden, die an den Punkt 1 minus 2 am Graphen anliegt. Machen wir das mal mit der Methode 1. Zuerst finden wir die Steigung im Berührpunkt, also im Punkt 1 minus 2 heraus. Wie findet man die Steigung in einem Punkt heraus? Genau, mit der Ableitung. Also f ableiten. Das wird zu 3x² minus 6x. Und da dann den x-Wert des Punktes, also 1 einsetzen. 3 mal 1 zum Quadrat minus 6 mal 1 ist, genau, minus 3. M hat also den Wert minus 3. Das tragen wir direkt mal in die Tangentengleichung ein. Als nächstes setzen wir jetzt einen Punkt, der auf der Tangente liegt, nämlich den Berührpunkt, in die Tangentengleichung ein. Für das x eine 1, weil der x-Wert des Punktes ja 1 ist. Und für t von x, was ja nichts anderes als y ist, den y-Wert des Punktes. Also minus 2. Wie stellt man das jetzt nach b um? Ganz einfach, man rechnet auf beiden Seiten plus 3 und ist damit auch schon fertig. b ist also 1. Die Tangentengleichung lautet somit minus 3x plus 1. Das war's schon. Jetzt ein Beispiel zur zweiten Methode, die meistens etwas schneller ist, wie ihr sofort sehen werdet. Gegeben ist die Funktion x hoch 3 minus 3. Wir sollen die Tangentengleichung berechnen, die am Graphen an der Stelle x gleich 2 anliegt. Ihr erinnert euch, so sieht die Formel aus. Da brauchen wir, wie man sieht, die erste Ableitung. Deswegen bilden wir die mal schnell. Okay, und dann können wir auch schon alles in die Formel einsetzen. Was ist unser x0? Genau, 2. Also einfach für alle x0 eine 2 einsetzen. f' von 2 ist 12. Und f von 2 ist 2 hoch 3 minus 3. Also 8 minus 3. Das ist 5. Und damit sind wir auch schon fast fertig. Wir müssen es nur noch vereinfachen. 12 mal x sind 12x und 12 mal minus 2 sind minus 24, wo wir noch 5 drauf rechnen. Übrig bleibt also 12x minus 19. Sehr gut, letztes Beispiel. Da haben wir eine kleine Aufgabe mit Kontext vorbereitet, die etwas aufwendiger ist. Eine Rutsche wird für x größer gleich 0, kleiner gleich 4 durch die Funktion f von x gleich minus x hoch 3 plus 4x² beschrieben. Eine x-Einheit steht für einen Meter. Wann würde die Rutsche auf dem Boden ankommen, wenn sie ab der Stelle x gleich 3 die Steigung an dieser Stelle beibehalten würde? Wie immer bei Textaufgaben lohnt sich eine Skizze. Die haben wir hier schon mal vorbereitet. Der schwarze Graph gehört zur Funktion minus x hoch 3 plus 4x². Sieht ein bisschen aus wie eine Rutsche, oder? Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ab der Stelle x gleich 3 die Steigung die ganze Zeit so bleibt, wie an der Stelle x gleich 3. Also so, wie wir das mit der grünen Geraden eingezeichnet haben. Ihr seht, die Rutsche verläuft erst ganz normal bis zur Stelle x gleich 3 und ab da soll sie jetzt laut der Aufgabe die ganze Zeit die Steigung der Stelle 3 haben. Hm, wenn ihr euch das so anschaut, woran erinnert euch die grüne gerade? Was? An eine Tangente? Richtig! Wir müssen hier die Tangentengleichung herausfinden, um dann den Punkt zu bestimmen, an dem die Tangente, also die Rutsche, den Boden berühren würde. Wir berechnen die Tangente mit der Methode 1, diesmal auch etwas schneller als am Anfang, weil ihr das Vorgehen ja schon kennt. Als erstes berechnen wir die Steigung m, indem wir zuerst die Ableitung bilden und dann dort den x-Wert der Berührstelle, also 3 einsetzen. Rauskommt, dass die Steigung minus 3 lautet. Das setzen wir für m ein und machen dann mit Schritt 2 weiter. Wir setzen den Berührpunkt in die Tangentengleichung ein. Oh, wir haben aber doch nur den x-Wert des Berührpunktes und noch nicht den y-Wert. Kein Problem, einfach den x-Wert in f von x einsetzen und dann bekommen wir ja den zugehörigen y-Wert des Punktes heraus. f von 3 ist 9. Das ist also der y-Wert des Punktes. Und genau den setzen wir jetzt in die Tangentengleichung für t von x ein. Für x setzen wir natürlich 3 ein. Das nach b umzustellen, kriegt ihr hin. Einfach plus 9 rechnen und schon weiß man, dass b 18 ist. Die Tangentengleichung lautet also minus 3x plus 18. Sind wir damit schon fertig? Nein, wir wollten ja wissen, wann die Rutsche auf dem Boden aufkommen würde. Ihr habt das vorhin in der Skizze ganz gut gesehen. Das ist einfach die Nullstelle der Tangente. Man stellt sich da die x-Achse als den Boden vor und der Schnittpunkt mit der x-Achse ist eben der Punkt, wo die Rutsche auf dem Boden ankommen würde. Die Nullstelle der Tangente kriegen wir heraus, indem wir die Tangentengleichung gleich 0 setzen und das nach x auflösen. Hier einmal im Schnelldurchlauf, das kriegt ihr auch hin. Die Rutsche würde also nach 6 Metern auf dem Boden ankommen. Und damit sind wir fertig. Hat euch das weitergeholfen? Wenn ja, dann freut uns das sehr. Wir würden uns als Gegenzug über ein Abo von euch freuen und wenn ihr mal auf unserer Website vorbeischaut. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen geilen Tag. Ciao.